so freunde willkommen zum heiligtum der gargoyles wir spielen legendär durch selten und episch haben wir jetzt kommt auch noch zum kompletieren legendär und man sieht schon er war echt schlecht hier na ich habe keine ahnung ich habe keine vergleichsscores ich will jetzt einfach nur raffen hintermich bringen und fertig deswegen nehmen das normale team das was wir kennen das was wir schätzen und lieben und versuchen einfach unser glück jetzt schöne war jetzt dass sie alle grün sind bei einem mono rot team ist das natürlich von vorteil ich überlege gerade ich vielleicht den aris mal rausnehme und franz dafür reinpacke weil dann habe ich wieder zwei farben auf die ich achten das ist wieder schwierig das ist ja das was ich bei episch auch nicht so leiden kann wenn ich ehrlich bin der zwei farben habe ich glaube mein mein kargan macht das schon der schafft das schon weil jetzt hätte ich genug grün gehabt aber ich habe kein rot ach hei komm schwirr mal ein viertel von meinen roten teilen das ärgerliche ist halt auch immer dass sie so viel energie fressen nein so ein level sieben energie und guck mal wie schnell das vorbei ist wenn man sieht dass es scheiße ist ganzen quatsch fängt auch schon wieder an meine nase an zu jucken ok merke halt immer mehr dass ich allergisch gegen den quatsche bin so ja jetzt ist die kacke was was tun ich kann das jetzt mal so machen das reicht noch nicht mal das reicht noch nicht mal jetzt versuche ich mal hiermit ich muss ja auch wieder meinen wilbo und meinen kargan aufladen so das ist jetzt mal eine neue neue rangehensweise gewesen mal gucken ob das funktioniert halt schon extrem viel extrem viele items meine nase juckt immer noch das macht das alles nicht leichter hier so kargan feuerfrei kargan feuerfrei kargan feuerfrei kargan feuerfrei kargan ja das ist das auch nicht mal guck mal ich 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 spamme die ganze zeit drauf und er ignoriert es halt trotzdem manchmal ne so jetzt die ganzen items hinterher haben wir es geschafft nein haben wir es nicht geschafft noch ein rotes match nein wir brauchen ein scheiß rotes kack match jetzt haben die ihre ihre kack steinhaut da auch noch ne ok ok also das wird das wird schwierig das wird schwierig da muss ich halt schon extrem ok ich sehe die problematik ja ne undiskutabel müssen wir nicht drüber reden das war undiskutabel aber es ist auch so dass legendär tatsächlich mir am wenigsten bedeutet wenn ich ehrlich bin jetzt in diesem fall das sieht nach einem sehr guten board aus naja jetzt nicht mehr wenn ich jetzt wie bei gemstone hier runter zack so diagonal gehen könnte ich zwei diamanten machen aber nein das geht nicht schade kargan bräuchte noch den break eigentlich aber wer wer break ein kargan nur für events ich hasse events eigentlich sowieso da würde ich jetzt nicht extra noch einen für breaken wollen vielleicht wäre es mit franz besser gewesen vielleicht probiere ich gleich das nochmal aber dann brauche ich ja das ist halt die kacke ich will halt nicht auf zwei farben achten und ich kann franz dann auch nicht mit mana füllen weil man hat gerade gesehen das mana brauche ich für kargan aber wenn franz geladen ist dann macht kargan mehr damage ach das ist alles eine schwierige frage schwierige fragen was wir spicken jetzt einfach mal der flamingo yo okay das ist natürlich auch so eine sache alle verbündeten erhalten plus 50 prozent angriff okay und mana regeneration okay okay ich sehe ich sehe den sinn dahinter hier ist er da ist franz da ist die gazelle gut gazelle zählt nicht hier da ist auch franz und der flamingo okay okay franz auch okay wir machen das mal mit franz das war ja auch meine theorie dann nehmen wir dich mal raus ähm packen wir ruby dahin und franz dahin also erst wohl der elementare defense down der kann ja eigentlich auch schon mal mehr damage machen wo ist denn franz da jetzt natürlich auch noch sun ach nein ja der gleiche fehler jedes mal falle ich auf diese kacke rein jedes mal und ich lerne es einfach nicht weil ich dumm bin aber was kriegst du du kriegst äh oh 24 plus 24 aber dann kriegst du die ninja truppe du kriegst die auch wenn es jetzt darum geht mit mana und sowas das kriege ich schon geregelt dann gucken wir mal das spot ist nicht gut aber es sind drei blaue da das ist ja schon mal gut da reflektiert für franz nix ist natürlich scheiße gegen rot drei blaue da stehen zwar das ist halt jetzt so ein problem ne freue ich mich jetzt wenn dann da grün ist dass ich mit meinem roten durchballern kann oder freue ich mich dass da blau ist damit mein franz kein schaden kriegst ich glaube eher ich will die grünen haben na komm schon bring dich an bord oh je warte mal hier ah blutung haha du kleine witzfigur ok leider nicht das was ich brauche ja diskutabel bringt halt nix ich kann jetzt so spielen das heißt ich will mal ein feeling kriegen wie das jetzt am ende aussieht mit franz das würde mich jetzt mal interessieren testen wir jetzt mal hier muss also bis zur ich vermute dass ich in der letzten stufe dann auch die äh letzte bombe nutzen muss so und jetzt haben wir ganz oh oh guck mal wie viel schaden er macht warum macht er denn bei dem grünen nicht so viel schaden was macht den grünen denn jetzt der anders der hat einfach viel mehr leben kann das sein das das ist ein arschloch gargol oh wow der hält echt viel aus der drecksack aber okay aber man hat schon gesehen mit franz war das schon ein schöner damage wir haben natürlich vorne ja das war das war vorne zu viel da rumgepillert und so ne das war das war schlecht aber ich wollte es jetzt mal testen weil wir jetzt das mal nach voll hatten also das funktioniert glaube ich das funktioniert wenn wir wie bei episch oh nein jetzt habe ich auch noch eine kiste wir das wie bei episch machen dass die dann voll sind die müssen aber alle voll sein und dann kein zusätzliches mana opfern ja sorry kiste aber das wird nichts mit uns oh 103 ist natürlich auch undiskutant ja also das muss eigentlich irgendwas mit 110 sein wo kommen denn jetzt die kisten her Mensch damit mache ich mir das hier kaputt und wenn ich das nicht mache ach komm schon der Rest vom Board ist halt kacke das wäre halt jetzt wunderschön für ein rotes Board ne drei grüne einfach mal dick reinscheißen hier und dann das ist Feierabend aber vielleicht wird das ja noch was komm wenn jetzt was geiles kommt dann spüren wir das weiter das war nicht sehr geil oh oh jetzt sieht es aber gar nicht mal so schlecht aus aber wir haben halt schon zu viel Zeit vertrödelt oder warte mal vielleicht wenn wir es einfach nur durchspielen okay ist noch nicht mal kaputt gegangen mir tut auch so langsam mein Gesicht weh ich merke dass der dass dieser Sonnenbrand so ein bisschen ballert das sieht man auch in der Kamera Junge 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 mir wird das das merke ich richtig der scheiß Hüttenbau mal gesagt draußen ist gefährlich das erzähle ich immer jenen den ich kenne draußen ist gefährlich da kannst du dir Sonnenbrand holen was ist das denn hier das ist doch auch schon wieder nichts ah je er hat wieder zugehört der kleine Praktikant aus Finnland hat wieder zugehört ah er hat gehört dass ich mich über Sport beschwere und gibt mir nichts ah je komm dann komm Praktikant wenn du mich hörst gib mir jetzt was schönes komm mach mal ah das ist doch nicht gut naja hast du nicht gut gemacht deswegen bist du wahrscheinlich aber immer noch Praktikant selbst nach deinem ja gut ich meine nach diesem Nahrungsfauxpas den wir da mal hatten was dieses krasse Nahrungsangebot für ein Apfel und ein Ei gab ist glaube ich klar dass er Praktikant auf Lebzeit ist naja kann auch nichts mit anfangen ah je komm schon komm schon komm schon da muss dann was nachkommen dass ich ein Diamant machen kann was war da komm schon komm schon komm schon komm schon nee ah je das ist ja noch weniger als gerade na das war schon scheiße der Großteil der Grünen ist natürlich unter dem der Grünen reflektiert das ist auch wieder Story of my life ja das ist immer das Problem sind immer die Außenstehenden hier ne die kriege ich nicht die Mitte ist immer relativ easy kaputt das geht immer ach jetzt ist ja eine Kiste da ich weiß die Leute werden mich wieder hängen wollen weil ich die ganzen Kisten hier nicht mache aber es ist nun mal so der dritte Kiste schon aber die Boards sind ja noch nicht mal ansatzweise gut die sind halt einfach nur schlecht da brauche ich erstmal noch fünf Züge oder fünf Versuche dass die Kiste offen ist um sie dann überhaupt zu kriegen oder zu besiegen oder was noch so so komm auch nicht was hier nochmal das wird nix also zumindest nicht in absehbarer Zeit aber das Ding ist ja auch jedes Board kann es sein ich kann im nächsten Board kann ich einen roten Diamanten kriegen der aufgeht der alle kaputt macht und fertig oder ist es dann halt sowas wie hier hauptsächlich ein grünes Board kriegen das ist natürlich dann auch alles reflektiert das Schöne ist ja es ist ja gut für meine roten aber auf der anderen Seite kriege ich dann keine roten ich kriege nie rote ja aua Diamant vielleicht wenn ich den mache den dann auslöse vielleicht kommt dann irgendwas cooles oh wow wäre noch nicht mal gut geschweige denn cool da kommen zwei Versuche noch dann müssen wir die nächste Flasche aufmachen vielleicht nicht so viele Flaschen aufmachen so komm bringen wir hier unten ja gut gut ich mache sogar den hier weil dann habe ich die roten nämlich unter dem noch so das Problem jetzt er stirbt nicht und ich habe meinen Franz nicht am Stil so das ist das Problem okay da kommt jetzt mein Franz so langsam ich brauche aber für die Bossrunde Franz und ich darf eigentlich hier keine keine Waffen nutzen weil sonst also kommen wir da in der zweiten Runde in Teufelsküche zumal der ja auch noch voll viel Leben hat das kommt ja auch noch dazu bräuchte eigentlich ein rotes Match jetzt hier sehr gut kill ihn bitte danke okay jetzt haben wir nämlich hier noch ein gutes Match jetzt können wir das hat natürlich also das wird im Leben kein guter Score weil er halt einfach zu viel da gefressen hat so ach Franz ist noch gar nicht voll ja dann Prost Mahlzeit dann müssen wir das Match hier sogar erst machen okay was hat er jetzt Steinhaut gemacht warte mal da muss ich jetzt warten bevor ich jetzt Items spamme okay da wollte ich nur mal gucken nicht dass er mir jetzt hier ankommt und alles voller Steinhaut da ist da musste ich jetzt mal eben einmal ganz kurz abwarten aber so an sich fluckt das ja sieht gar nicht mal so schlecht aus ja gut okay wenn ich da bis dahinten hin durchkomme waren zwar zu viele Züge richtig schlechter Score aber ja Platz 202 willst du mich verarschen das ist doch richtig grottig hier auf Platz 202 da ist die Top 100 drin jetzt mal ganz ehrlich also bei aller Liebe wie viele Punkte also na gut okay wobei wenn ich das jetzt richtig wollen würde hier und hier da hätten wir deutlich mehr machen können hier kann ich auch deutlich mehr wenn hier 94 ist ist hier 99 also ich glaube die letzten ab 5 können es kann es wenn es gut läuft ab 5 geht es mit 100.000 los dann können die hier auch mehr guck mal hier habe ich schon mehr als hier wenn ich hier 64 habe ist hier 73 zu wenig also wenn wenn ich wollte was für Event achso Event Effekt 64.000 was ist das denn für ein Schwachsinn dass das das ist der Score ähm also da ist aber auch deutlich noch Puffer also das gucke ich mir aber an oder im schlimmsten Fall muss ich dann Sonntagnacht nochmal nochmal ran ich lasse es jetzt so stehen so das ist jetzt so meine meine Ausgangsbasis und wenn ich dann sehe da gehe ich jetzt nicht nach Platzierung sondern da kann ich ja schön gucken wie ist der der Score zur Top 100 und wenn der von der Top 100 ich könnte mir sogar theoretisch die Scores mal von Oli besorgen der ist ja so gerade knapp drin ähm Avengers ne ja das ist Carlo Magnes Stoke tatsächlich okay kam mir nämlich bekannt vor ähm ist theoretisch drin würde ich jetzt mal so behaupten also ich würde mal sagen also in den Top 1000 sind wir safe drin ja die Frage ist halt Ringe Fernrohr brauche ich das keine Ahnung glaube nicht ja Avatar ist auch der dümmste wieder von allen nehm ich ihn werd ich erster warum man nicht sorry deine Zeit ist um ja ich ich komme ich mach dann den eine Million Schaden ist aber krass dass er nach vorne gerutscht ist nicht schlecht letztes Mal als ich geguckt habe war er hier noch vorne und dann kam er ja also ähm ich bin ehrlich ich hatte jetzt nicht so die Probleme vorher hier die Scores die sind schlecht der war also die letzten beiden waren nicht nicht gut weil ich halt gespielt habe und dachte es wird extrem schwierig aber so jetzt versuche noch mal hier einmal für die für die Flasche alles für die Flasche aber es ist halt im Endeffekt genauso wie sonst auch ich warte auf mein ich bin geduldig warte auf mein Board baller natürlich die ganzen Flaschen raus was ja nicht gut ist und dann sammeln gib ihm Feierabend ich kann mir vorstellen dass es schwierig ist für Leute die es gewohnt sind es einfach nur durch zu spielen also ne hier brauchen dann für eine Welle mal zwei Minuten oder sowas spielen es aber durch ich glaube dann ist es schwierig am Ende bei den Gargolds durchzukommen wenn die Gargolds mehrfach auslösen wenn die Gargolds gar nicht erst auslösen können das ist kein Problem ich glaube das ist auch der springende Punkt bei Episch da viele Leute halt einfach nur durchspielen ohne zu pushen ja und dementsprechend die Gargolds dann auslösen und dann ist es extrem schwierig das gebe ich zu dann ist es extrem schwierig aber so wenn du das auf diese Art und Weise des Spielens machst geht es aber das ist natürlich auch wieder trügerisch weil das ist was ich mache ist ja dass die Art und Weise des Platzierung Spielens also schnell es schaffen mit Items um eine gute Platzierung zu kriegen so aber es gibt ja auch ganz 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 viele Leute die gar nicht diese Items haben die gar nicht die Items einsetzen wollen die gar nicht auf Speed machen sondern es einfach nur durchspielen wollen und ich glaube hier ist der springende Punkt dass Leute die es nur durchspielen wollen es hier deutlich schwerer haben als bei den ganzen anderen Events da sehe ich dann schon doch die die Probleme auch vor allem bei Episch wenn man es nicht so macht wie ich es jetzt hier zum Beispiel mache ich bin immer noch ich tituliere mich selber immer noch als Laie was Events angeht ja ich weiß zum Beispiel nicht da habe ich auch gar keinen Bock das zu testen weil es ist einfach zu mühselig für mich und auch zu uninteressant bin ich ganz ehrlich wie sich das verhält wenn ich also von den Scores ob ich diese 50% Steinhaut in der Bossrunde ob ich vielleicht 2-3 Züge mache damit die wieder runter geht um dann die Specials zu ballern oder ob ich die so wie ich es jetzt mache die Specials auf diese 50% Steinhaut drauf ballern keine Ahnung was effektiver ist ich weiß es nicht interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht weil ich würde da nicht drauf achten ich bin es gewohnt zu spammen und dann ist Feierabend gegebenenfalls noch einen Move zu machen um es zu finishen oder so wenn kein Mana mehr da ist aber im Endeffekt muss man so lange spielen dass man erst wirklich im optimalen Fall erst in der zweiten Welle anfängt mit den Items weil sonst hauen auch die Items teilweise nicht hin wenn du in der zweiten Welle oder wenn du in der ersten Welle schon zwei Äxte nimmst beispielsweise dann musst du in der zweiten Welle schon alle Bomben Angriffe verbrauchen und vielleicht sogar einen Drachensturm und dieser Drachensturm könnte dir vielleicht in der letzten Runde in der Bossrunde fehlen wenn du nur vier statt fünf einsetzen kannst ein bisschen schwierig muss man genau kalkulieren aber so ist nervig aber für mich nichts anderes als die anderen Events wenn ich ehrlich bin so von der Herangehensweise von der Art und Weise her aber ich sehe das Problem für Leute die es nur so spielen wollen weil sobald die Gargoyles auslösen ist es ein ungemeiner Zeitfresser das sehe ich schon aber so für mich von meiner Warte aus her es ist ein Event wie kein andere wie die anderen auch haben wir eine Beschwörung oh warte mal geil Öl wenn wir den Gargoyle ein bisschen mit ein reiben ja komm machen wir die eine Beschwörung wir wollen Elduke bitte spiel gib mir Elduke nein das ist falsch den brauche ich nicht den habe ich schon im Event Team brauche ich nicht danke aber trotzdem für nichts Elduke das ist auch noch so eine Sache die haben ja dieses passiv angepasst die Steinhaut den nächsten einmal wird der Schaden um 1 gesenkt so bei sehr schnell ist es einmal bei schnell ist es zweimal bei mittel ist es dreimal so und jetzt ist der Kandidat hier ach er ist auch mittel auch dreimal ist nicht irgendeiner von denen langsam er hier falsch viermal so das haben die heimlich still und leise geändert das möchte ich nochmal dazu sagen ja weil manche gesagt haben ja du hast das ja schön vorgelesen aber hast das da übersehen jo hab ich weil ich seit monaten mit Penolite spiele und sie immer für einen Zug Steinhaut hatte und sonst nicht deswegen bin ich davon ausgegangen Steinhaut einen Zug fertig dass sie das natürlich ohne Ankündigung hier dann gemacht haben darauf achte ich dann nicht ja das ist dann für mich ich kenne den Gargoyle so wie er ist wenn die natürlich dann komplett anders dann da mit dem mit der Sache sind dann ist das halt so ja hätte man sehen können muss man aber nicht aber dafür sind ja dann die Leute da die dann einen darauf hinweisen ist ja alles gut und das ist natürlich noch extrem nerviger ja also wenn du jetzt wirklich die Gargoyles drin hast und dann löst einer aus und dann hast du die Steinhaut geil das tut weh und ja ich hab ja gesagt er ist für mich der schlechteste ja aber ja ich sehe natürlich ja die Verführung ihn zusammen zum Beispiel mit Tree Evil zu spielen mit Tree Evil schneller alles gut ja aber es heißt ja trotzdem nicht dass ich ihn dann gut finden muss in den so an sich weißt du das Ding ist ja auch es kommt ja darauf an wie man den Helden betrachtet betrachtet man ihn jetzt in Kombination mit anderen oder betrachtet man ihn alleine für ihn alleine wenn er da alleine ist ist er scheiße finde ich wenn er jetzt wieder kombiniert und guckt ja dann hier mit Tree Evil und so weiter und so fort dann ist er ja okay aber er ist halt auch erst mal Mittel dann muss man ja auch erst mal bis dahin dann muss man gucken wie sind die Steine wie viele Steine sind da sind die wie sind die angeordnet kann ich danach ein Match machen ist danach Tree Evil geladen oder mache ich ihn an und brauche erst mal noch fünf Züge bis dann das lila Match da ist bis dahin die Steine bleiben so die sind dann verstärkt und bleiben so okay aber trotzdem bis dahin muss man ja auch erst mal kommen wenn ich dann aber zum Beispiel hier Penulite für sich alleine da sehe Trombenheld ja deutlich besser auch unabhängig davon dass sie fünf Sterne ist und er hier drei Sterne aber ja da das kommt natürlich darauf an ja man muss dann überlegen aber seien wir mal ehrlich ja wenn ich hier was von den Helden erzähle es gibt so viele Helden im Spiel aber ob man es glaubt oder nicht ich habe auch sehr viele Helden nicht oder habe noch nicht mit denen gespielt oder sie sehr selten gesehen und wenn dann irgendeiner sagt ähm ja du hast aber übersehen dieser Held ist super geil mit diesem Asiaten hier jo das kann sein ja das kann sein aber A habe ich den vielleicht noch gar nicht B habe ich den vielleicht irgendwo liegen aber noch nicht gelevelt C ich habe ihn noch nie irgendwo in Aktion gesehen alles möglich dafür ja sind ja auch die Kommentare da ne damit die Leute dann auch sagen es hört sich immer so an als würde man mir einen Vorwurf machen weißt du ach du hast das ja nicht bedacht und so hier und da und dort wie denn auch wenn ich alles wüsste dann wäre es doch langweilig oder jetzt mal mal ganz ehrlich deswegen ähm und das ist ja das Gute daran dass so viele Leute da sind die dann auch viele verschiedene auch Schwerpunkte im Spiel haben ja manche oder viele sind free to play viele spezialisieren sich auf drei Sterne und auf vier Sterne super Sache ja dann gibt es natürlich da die ganze Sachen und mal ganz ehrlich ich kann ja auch nicht ähm wenn ein neuer Held rauskommt mir vorher alle 12.000 Helden die wir schon im Spiel haben angucken und mir überlegen ja der passt mit dem mit dem mit dem man kennt mich doch ich mach das doch alles ich mach das doch alles spontan damit man dann auch sieht wie ich überlege das ist doch genau das eigentlich was man auch sehen will wie ich dann auch auf Sachen komme ich kann natürlich auch mir das alles vorher angucken und es wie ein Roboter runterlesen macht kein Spaß oder mal ganz ehrlich deswegen ähm ich guck mir das immer alles sehr spontan an ich weiß grob was sie machen aber da ich mir das spontan angucke kann es sein dass ich manche Verbindung zu anderen Helden nicht sehe in dem Moment weil ich halt schon an was anderes denke oder mir das nicht gemerkt habe weil es zu viele Helden sind also immer cool bleiben ja dafür sind die anderen dann da die dann sagen das hast du dann da übersehen und hier übersehen aber ähm ja es hört sich manchmal wie so ein Vorwurf an das finde ich ein bisschen ja warum ja warum warum will man mir da einen Vorwurf machen aber vielleicht interpretiere ich das auch falsch ja ich meine im Endeffekt mir will ja keiner was Böses ja alle sind ja immer lieb zu mir daher aber so wird es auch in Zukunft sein ja also ich werde auch in Zukunft mir die Helden spontan angucken und irgendwas vielleicht übersehen oder vergessen zu nennen dann seid ihr da am Spiel ja also von daher so wird es immer laufen wer da hofft dass da irgendwas Neues kommt nein das wird immer so laufen wird es mir immer spontan angucken genau so hier haben wir nichts gekauft bisher werde ich auch nicht das hier werde ich kaufen das hier ich meine die könnte ich auch kaufen hier aber ich weiß nicht ich bin immer irgendwie zu faul die ganze Zeit da drauf zu drücken Passwort einzugeben ich habe das ja gemacht jetzt jeder Einkauf auch noch mit dem Passwort abgesichert ist und das dann immer eingeben da bin ich viel zu faul für wenn ich ehrlich bin also von daher ähm ja mal gucken so sie wächst weiter und dann gucken wir mal ich glaube ich mal ihn als nächstes mal gucken ob ich ihn gelevelt kriege bevor er genervt wird ne ich bin mal gespannt ok Freunde dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen und äh wir sehen uns dann ähm im Livestream wenn das zeitlich alles hinhaut ja also ich versuche ich habe ich werde versuchen alle drei Eventvideos vor dem Livestream rauszubringen vielleicht sogar auch vor dem wissenswerten Video müssen wir mal gucken ja damit das damit damit ihr noch ein bisschen Zeit habt da vielleicht mit den Scores zu gucken und zu spielen und so ne ich ich versuche es zeitnah alles rauszubringen ok wir sehen uns macht's gut ciao ciao und so und so